Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für sie verblüßen. Ich setz Feindlinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was sie da sagen ist ungeheuerlich. Die Gründerleicht ist der Geschmäusch des Dunkels! Was soll das heißen? Sie können fe... Warum? Führer, du musst du schütt. Sie können mit Lass uns aus dem Hülle Sto. Ich will. Hello Leopold Slick. During your time on Earth, you have been an aggressive angry little fucker who failed at school, and did nothing but insult people, smashed keyboards and a long list of many bad things which I can't be asked to say. What I am trying to say is, you are dead and are now in the afterlife. Welcome to hell. I am a demon servant of Satan and have been asked to carry out your punishments. Ha 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 ha. Too bad. Your time on Earth is over and now comes a lifetime of punishments for your actions. I cannot send you back to Earth, only Satan can, but he is far beyond your reach and hasn't done that in a thousand years. Anyway, it is getting boring, let's start the punishments. Ha 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 ha. Ha ha ha. Oh no! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute.